In der roten Ecke Andreas Zylo, SC Traktor, Schwerin. In der blauen Ecke Michael Stachewitz, ASK vorwärts Frankfurt-Oder. Ring frei zur ersten Runde. 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 Ring frei auf dem Runde. Ring frei. Ring frei. Ring frei. Stopp! Du hältst fest, Boxen. Stopp! Du hältst fest, Boxen. Du hältst fest. Du hältst fest, Boxen. Räst du den vom Helden nicht ansetzen? Stetzen, Läden nicht. Stetzen, Läden nicht. Dass du siehst. Stetzen ist nicht so gut, sondern siehst du siehst. Schnauzehts Hollandengladuk. Hup! 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 Das war's für heute. Der 19-jährige Andreas Zylow trug bisher 100 Kämpfer aus, gewann davon 77 Begegnungen, er ist DDR-Vizemeister 1983, gewann den Chemie-Vokal in Halle und das Turnier in Kuba 1984, Trainer Fritz Stunek. Bringt frei zur zweiten Runde. Der 19-jährige Andreas Zylow 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 Michael Staffelwitz ist 23 Jahre alt. In seinem Startbuch stehen insgesamt 108 Kämpfe, davon 77 Siege. Im Vorjahr Vizemeister unseres Landes 1981 gewann er den Chemiepokal in Halle. Und in diesem Jahr das Turnier in Wien. Sein Trainer ist der Olympiasieger von 1968, Manfred Wolke. Ringfrei zur dritten Runde. Ringfrei zur dritten Runde. Ringfrei zur dritten Runde. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Stopp! 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 Stopp!